Hallo meine lieben Hobbits, Menschen, Elben und Zwerge, zur nächsten Folge von Let's Build Mittelerde. Ja, das letzte Mal waren wir unterwegs und haben Schwarzeichen gesucht. Wir haben ja auch welche gefunden. Ein bisschen was für den Boden, den wir noch auslegen wollen. Würde ich sagen, beginnen wir mal direkt damit, indem wir erstmal wieder zurücklaufen. In der Hinsicht auch erstmal sorry, dass in der letzten Woche so gut wie kein Video kam. Wie gesagt, es ist halt Dezember und die Arbeit und Familie und so weiter dann doch etwas mehr Zeit in Anspruch genommen. Und dadurch sind wir halt ein bisschen in Verzug gekommen. Aber das ist ja nicht so wild. Das wusstet ihr ja von vornherein. Und ja, kommt dann vor. Ich habe noch so eine kleine Nebeninfo für euch. Und zwar habe ich ab dem 1.1. einen Uploadplan zusammengestellt. Der wird jetzt wahrscheinlich monatlich immer einmal hochkommen. Je nachdem mit neuen Variablen. Da ich ein bisschen was am Sendeplan drehen muss. Und zwar habe ich das jetzt so in Zukunft, dass wir Let's Build Mittelerde um noch eine weitere Folge reduzieren werden in der Woche. Aus dem Grund, weil wir oder weil ich vorhabe, wöchentlich einmal zu Livestreamen und auch dieses Projekt zu Livestreamen. Und ihr auch quasi Bescheid bekommt, wann diese Livestreams sein werden. Die werden auch in dem Uploadplan mit drin sein. Also da schon mal in der Hinsicht keine Sorge. Danke für den Boost. Und ja, da wisst ihr da auch schon mal Bescheid. Und zwar dadurch, dass ich wirklich, wie gesagt, diese zwei Stunden Livestreamen werde. Also allein dieses Minecraft-Projekt Livestream werde, diese zwei Stunden, muss man schon ganz ehrlich sagen, sind dann drei Stunden hochzuladen eindeutig zu viel in der Woche. Und, also drei Folgen hochzuladen im Mo... Ne, warte mal. Das ist... Man kommt dann, äh, Let's Build Mittelerde immer raus. Äh, Moment. Wie war das? Wir haben... Donnerstag, Samstag und Sonntag. Es sind ja drei Tage in der Woche, ne? So, und zwar, ähm, dass ich dann wahrscheinlich nur noch, ähm, in Anführungsstrichen, ähm, Donnerstag und Samstag eine hochladen werde. Dadurch, dass Samstags dann auch der Livestream ist. Äh. Ich werde daraufhin quasi sozusagen den Sendeplan sonntags ersetzen, weil, äh, sich das dann überschneiden würde mit dem Livestream. Weil ich möchte das... Ich möchte nicht, dass im Livestream die Folgen schon vorgespoilert werden, ne? Das ist klar. Und ich möchte nicht, dass, ähm, die, äh, ja, neben dem, neben diesem Spoiler-Gefahr, die wir haben, ne? Möchte ich nicht, dass wir wirklich so ein paar Probleme bekommen. Ähm, dass sich dann einige darüber aufregen könnten, gibt es immer wieder, habe ich schon alles erlebt, ähm, muss ja nicht sein, ne? Und, äh, es ist auch einfacher für mich dann zu handhaben und zu planen. Es ist einfach so. Aber, äh, in der Hinsicht schon mal, könnt ihr euch, wie gesagt, freuen. Ähm, der Livestream wird dann immer 20 Uhr sein. Und dann, äh, also, was heißt immer? Kann ja mal sein, dass ich irgendwie verhindert bin oder so. Dann verschiebe ich den Livestream vielleicht auf den Sonntag oder so, muss man mal gucken, aber, äh, auf jeden Fall kommen die Folgen dann von Let's Build Mittelerde ab den 1.1. Nur noch Donnerstags und Samstags. Ja. So wird es sein. Äh, achso, jetzt habe ich gar nicht gesagt, was ich Sonntags dann noch... Hahaha. Äh, der Sonntag wird dann quasi noch, ähm, besetzt werden. Einmal durch, äh, Schlacht und Mittelerde. Ganz normal, klassisch. Wobei ich noch nicht so ganz weiß, wie wir das weitermachen werden. Also, es wird, denke ich mal, dann vielleicht alleine weitergemacht. Oder auch nicht. Das weiß ich leider noch nicht allzu genau. Das wird sich dann erst noch herausstellen. Ach, hier hätte ich auch noch Fleisch gehabt. Ah, schnell, schnell, schnell. Ähm, und die andere Sache, wie gesagt, wird dann der Herr der Ringer online sein. Das wird dann zweimal die Woche, äh, ge, ge, gebracht. Dann sonntags und weiterhin dienstags. Weil das kann ich nebenbei auch mal so lockerflockig aufnehmen. Nicht so wie bei Minecraft. Bei Minecraft muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt? Oder was, womit machen wir heute weiter? Ja, ne, das Problem habe ich da dann nicht. Bei der Herr der Ringer online. So, wir werden jetzt erst mal rüber gehen und den Boden schon mal verlegen. In der Schwarzeiche. Weil der Boden ist echt, boah, der ist mega sexy. Des Weiteren wurde, wir haben ja über dieses, ähm, über das Pony, äh, Pferd gesprochen. Und es wurde gesagt, dass wir, also es gab jetzt wohl drei Namen, die für das Pferd in Frage kämen. Ne, vier sind es, glaube ich. Einmal Carlos. Carlos werde ich, ist aber definitiv, also wird zur Wahl stehen. Ja, klar. Ähm, Bregow, Lutz und Gendor. Ähm, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Aber ich, äh, denke schon, dass das irgendwie ganz witzig ankäme. Ähm, die... Umfrage werde ich euch reinpacken. Äh, allerdings wird die Umfrage nicht heute reingepackt. Die könnt ihr also quasi nicht heute machen, die könnt ihr erst am Samstag machen. Die packe ich in die sogenannten, also in die Neujahrsfolge nenne ich sie dann einfach mal. Weil ist es ja indirekt auch. Auch wenn sie zwar nicht Neujahr kommt, sondern es ist der zweite erste. Aber, darauf geschissen, es ist die erste Folge im Jahr. Warum Neujahrsfolge? Sieht doch schon... Also mir gefällt dieser Boden, ne? Der ist richtig... Also früher sagte man Pornös. Ich finde die richtig geil. Ups. Der sieht richtig gut aus. Oder was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Kann man's besser interpretieren. So. Zack. Damit wäre das ja auch schon mal sehr gut... Ach, Mensch. Sehr gut erledigt. So. Müssen wir uns echt... Leute, was ist denn los heute? So. Dann müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir hier weitermachen. Und zwar, wie gesagt, ich wollte ja hier vielleicht sowas wie künstliche Fässer oder sowas reinbauen. Kann man ja machen irgendwie. Mit Half-Slaps nehme ich mal an und einem normalen Block so in der Mitte und dann so ein Zapfhahn oder so. Müsste man sich mal überlegen. Wäre bestimmt... Ja, das kriegen wir bestimmt alles hin irgendwie. Müsste ich mir mal ein paar Bauvorschläge einholen. Hm. Wäre bestimmt nicht schlecht. So. Die Fässer würde ich dann vielleicht so anordnen. Und so. Wobei ich gerade nicht so genau weiß, ob das so eine gute Idee ist. Hm. Die Fässer vielleicht doch an die Wand zu stellen. Weil die Wand können wir zur Not noch nach hinten schieben. Ein Stück. Zumindest. Da müssen wir mal gucken, wie es reicht vom Platz her dann. Hm. Was haben wir hier für eine Deckenhöhe? So. Das heißt hier, das hier ist die Deckenhöhe. Da. Das heißt, wir können da auch noch Glowstones einlassen. Machen wir mal... Zählen wir mal eben ab, wa? Also, was hatten wir noch mal? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, da machen wir so, äh... Aller zwei, ne? Oder? Also, hier quasi einreihen. Ne, wartet mal. Das reicht ja auch, wenn wir eigentlich jeden dritten mitnehmen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ne, es sieht doof aus. Zehn kann man so schlecht teilen. Nur durch zwei oder fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann machen wir hier so Doppelleuchten rein. Reicht auch, dann können wir den in der... Naja, nee, ist auch blöd, ne? Oder wir machen es anders. Ah, wir machen es ganz anders. Moment. Eins, zwei, drei. Klack. Eins, zwei, drei. Klack. Äh. Da. Müsst ihr ja reichen eigentlich, um alles überall zu befeuern. Eins, zwei... Wie breit ist das denn eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ah, haha. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ja, es passt eigentlich so. Ist ganz okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, vier. Okay, dann holen wir mal noch Clawstone, würde ich sagen. Und dann setzen wir das auch schon mal in die Decke ein. Haben wir natürlich nicht mitgenommen. Ist ja klar. So. Wie viel brauchen wir jetzt? Was habe ich gezählt? Ah, drei mal drei, ne, oder? Drei mal drei. Drei mal zwei sind's. Ja. Kommt. Hat's all der Geiz. Jips. Da wird es schon wieder dunkel draußen. Yay. Hey, wache. Jips. So. So. Jo. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Und dann setzen wir noch den Clawstone ein. Und dann war es eine relativ kurze Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal, ähm, einen guten Rutsch quasi ins neue Jahr. Kommt gut an. Und, äh, dann sehen wir, oder hören wir uns an dem Samstag. Und, ja, bis dahin. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Haltet die Ohren steif. Euer Steinchen. Tschö.